Hallo Leute, der ARZ105 hier mit Let's Play Super Mario Galaxy 2. Jawohl, es geht nochmal weiter hier in Welt S mit der intergalaktischen Bossparade der Kometenstern. Ich möchte jetzt nicht wissen, was da auf uns zukommt. Alarma, Alarma! Schnelldurchlauf, Galaxien Champion! What? Mit Zeit? Das kann jetzt aber nicht sein, ne? Wollt ihr mich verarschen? Hm, anscheinend. Oh boy, oh boy. Oh, what? Ja. Nein! Ja, schön. Ja, ja. Alles kein Problem. Boom. Ja, ja. Ist ja schon gut. Und boom. Das war's. Voll schwierig und so. Ja, ja. Wir haben doch keine Zeit. Damn it. Schneller. Ja, ja. Aber schön, dass wir nichts ist während dieser Animation nicht die Zeit anhält, meine Herren. So, schau, dass du weitermachst, meine Güte. Ja, ja. Hallo, na? Ja, ja. So. Jo. Boom, boom. So, jetzt wird's nochmal interessant. Aber auch nicht allzu schwierig. Ja, gut. Die, die Viecher kennen wir ja schon. So, halt! Nein! Nein! Boom, boom. Okay. So, das schaut doch zeitlich schonmal gut aus. Also, hier für mich Abschussrampe. Boom. Okay. Das ist auch machbar. Also, komm mal her. Boom. Okay. Ah, damn it. So, wo ist er? Da ist er. Achso, ja. Nein! Ah! Jawoll. Jetzt ist er ganz schlecht drauf. Ja. Wissen wir alles. Alles Bekannte. So, wo ist er? Ach, da. Ah ja, stimmt. Da war was. Nein! Danke. Gut. Abschussrampe, yay! Schneller! Ach, goddammit. Mein Lieblingsgegner auf Doom. So, also. Ja, ja, ja. Alles so weit bekannt. So, könntest du... Danke. Zu gütig? Ja, ich weiß. Wir haben keine Zeit. Boy. Bomb. Bomb. Ja, 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 ja. Könntest du bitte Steine schmeißen? Danke. Da können wir halt zeitlich überhaupt nichts verschnellern oder besser machen, sage ich jetzt mal. Bom, sehr schön. Sehr schön. Komm mal her, bohu. Bom, bom. Okay, erste Phase durch. Jetzt war es erst so richtig interessant. Mit Hände, yay. Okay. Zweite Phase. Ja, mach dein Gedöns. Wir brauchen Buß. So, kommt mal beide her. Bomb. Sehr, sehr schön. Beide an den Körper. Okay. Das kann mir gar nichts. So, mach bitte wieder. Dankeschön. Okay. Okay. So, komm, da ist noch ein Guru dabei. Oh boy. So. Sehr schön. Alles machbar. Ich habe das Gefühl, aber den haben sie ein bisschen vereinfacht. So, okay. So, weil jetzt haben wir ja den Dinopiran ja auch noch da oben. Dass wir das zeitlich nämlich alles noch hinbringen will. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Ja, ja, ja. Ja, ja. Okay. Gut. So. Und. Bomb. Let der Kampf beginn. Und. Jawohl. Ganz schlecht drauf. Mhm. Yay. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Komm. Okay. Ach. Holy Macaron. Nein. Das ist überhaupt nicht schön. Das. Nein. Äh. Boy. Das. Na. Äh. Näh. Ach du heiliges. Ich brauche Münzen. Give me Münzen, please. Ja, ja. Ja, das jetzt hinzubringen in der Zeit, das ist überhaupt nicht lustig. Doch, es geht. Yay. Okay. Glück muss man auch mal haben. Meine Güte. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Das Stern. Muss man nicht haben. Danke. Also, Stern muss man schon haben, aber das Level muss man nicht haben. Und vor allem nicht nur Zeitdruck. Okay. Sehr, sehr schön. So. Können wir den letzten Stern jetzt gleich holen? Oder wie schaut das hier aus? Ich will wissen, was passiert bei 120 Sternen. Digi. Yay. Gedulds. Yay. Ja, muss ja. So. Letzter Stern. Letzter Angriff. Meine Herren. Ich schätze mal das Ganze auf Zeit. Wäre halt wie immer typisch. So. Wir gehen rein. In die Schüttelschieber. Alarma, Alarma. Ja. Beeil dich. Schatten schüttelt mal. Oh boy. Schatten. Wie? Hm. Hm. Das wird schön. Was wettet man, dass das jetzt gleich mit Schatten Marius losgeht? Yay. Wer hätte das nur erwartet? Also ich nicht. Hm. So. Aber ich denke, das ist machbar. Zwei nicht besonders schön, aber machbar. Okay. Das machen wir mal wieder. Gegner gibt für uns, möchte ich schon was sagen. Das ist natürlich auch schön. Gegner könntest du mal. Danke. Das war nicht gut. Nein. Okay. Hier so. Einmal hoch. Okay. So. Jetzt wird es natürlich besonders schön wieder für uns. Na. Wie soll ich denn das bitte zeitlich hinbringen? Das ist ja ein Witz mit den Schatten Marius. Ganz ehrlich. Glücklich. Ach. Du. Holy mackert. Aber wir dürfen die Checkpoints verwenden. Das ist natürlich glücklich. Das ist schön. Okay. Oder ist es doch machbar? Nee. So auf jeden Fall nicht schaffbar, wenn ich das so mache. Okay. Okay. Gut. Vielleicht doch andere Taktik. Nein. Nein. Hm. Immer die schönsten Stellen zum Schluss. Wie? So kommt mir das vorher. Okay, ne, ich muss das hier so machen, sonst wird's nix. Okay, 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 so, supi, okay. Gut. So, hier rüber. Geblügens. Und hoch. Okay, und Stern nur noch, prinzipiell, und das war's. Yay. Give mich Stern schnell, danke. D-d-d-d-d, 120 Sterne. Yay. Jetzt bin ich tutti, very, gespannt, und so weiter und so fort. Oh boy. Die galaxy completely, und alles completely, und überhaupt, und sowieso. Beim großen Sternenschweifen noch ein grüner Passagier. Das, es ist nur, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und so? Es sieht fast so aus, als hätte er etwas auf dem Herzen, das er dir unbedingt sagen möchte. Jo. Schauen wir mal. Aber erst würfeln. Ach, leck mich doch. Na gut. Na gut. Auch wenn alle Power-Sterne geborgen sind, muss der Unheil erneut besiegt werden. Nein. Sonst werden die Raum-Phantome niemals... Sonst werden wir die Raum-Phantome niemals zu Gesicht bekommen. Heißt das jetzt, ich muss nochmals gegen Bowser kämpfen? Und erst dann werden wir grüne Sterne sehen. Wenn ihr das sagt, dann wird das stimmen, nehme ich an. Deswegen gehen wir wohl noch mal... Nein. Das wollte ich nicht. Mario, könntest du noch mal bitte... Ich wollte diesen hießen. Dann werden wir das halt noch mal machen. Oh mein Gott, was soll ich jetzt dazu sagen, ne? Wenn die Lumas mir das sagen, die grünen, dann wird's bestimmt. Die sind die... Die kennen sich aus, meine Herren. Die sind die Pro, wie ich's auf Deutsch gesagt. Also, probieren wir's. Ja, ja. Ich brauche erstmal doppelte Energie. Das habe ich mir nämlich gemerkt. Du, 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 du. Yay. Doppelte Energie. Sex. Gut, also, wir gucken. Ach ja. Bom. So, die Typen kennt man auch. Total nervige Hammerwerfer. Höhe. Gedönsens. Die meinen, sie sind furchtbar cool. Obwohl sie's nicht sind. Mhm. So, dann lassen wir uns mal... ...vom Winde tragen, würde ich sagen. Yay. So, ein letztes Mal. Können wir auch später abspringen. Und gucken weiter. Nach unten. So. Holy Macaroni. So, was hat das schon immer noch hier? Hier gibt es nur extra Lives. Dann müssen wir da vorne hin. Sehr schön. So, ach so, das haben wir auch noch nicht. Stimmt. Mensch, die Galaxie war riesig. Ja, ja. Alles kein Problem hier. So, doppelte Energy haben wir ja schon. Das heißt, das können wir sparen. Nein! What the fuck? Blöder. Mann. Das ist doch zum Brechen. Die machen immer die Wolken kaputt. So, Moment. Was ich habe, das hier fühlt, wird so nix. Moment. Kurz warten. Gleich hoch. Danke. So, hier können wir gleich runter. Was tragen lassen vom Wind. So, kurz warten. Okay. So, hier hoch. Und hier hoch. Steck das Ganze hier. Und dann haben wir hier die Nummer. Redet die kostbare Person. Ja, 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 ja. Verwandte, please. So, jetzt kommen wir die ganze Sache schon näher. So langsam abust du hier. Checkpoint, Checkpoint. So, Yoshi. Hallo. Hallo, Yoshi. Was machst du heute nur so? Also, ich muss Bowserblatt machen. Und ja, dann gucken wir weiter. Würde ich fast sagen. So, wir starten mit Yoshi voll durch. Meine Güte. Okay. Ach ja, dat war ja auch noch mit dabei. Bestimmt. Da war was. Doppelte Energy. Die will ich nicht brauchen. Die kann ich mit Yoshi auch gar nicht aufnunzen. Okay. So, da kometen wir uns ab mal. Wenn wir sie auch nicht hätten, wären wir nicht so weit. Das stimmt. So, hallo Leute. Entschuldigung für die kurze Störung. Es geht weiter. So, wo waren wir überhaupt? Gott, das wird doch schon wieder nix. Ah! Mann! Äh, ganz ehrlich. Das scheiß Telefon. Es kotzt mich an. Jedes Mal. Naja. Ich muss mir da was anderes überleben. Irgendwie muss ich das anders machen. Am besten jedes Mal, wenn man aufnimmt, das Ding rausreißen aus der Wand. Naja. So. Also. Nicht verzagen. Wir machen weiter. Hilft ja nix prinzipiell. So. Natürlich. Es läuft ja heute mal wieder vorzugig, meine Herren. Ich merke dich schon. Ganz vorzugig. So. Haben wir hier irgendwo Yoshi? Haben wir. So, das schaffen wir nicht mehr. Müssen wir noch mal warten. Bin begeistert einfach nur. Oh boy. Aber das haut noch hin. Sehr schön. Noms. Tü, 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 tü. Da wird die Energie. Yay. So, jetzt versuchen wir das Ganze doch nochmal. Hoffentlich mit besseren Aussichten. Jei, jei. Ich kann schon nix mehr dazu sagen. Es nervt mich nur noch. Also nicht das Game, um Gottes Willen, aber das allgemeine Drumherum. Wäre ja schlimm, wenn mich das Game nerven würde. Warum spiele ich es dann? Nee, nee, nee. Alles okay. Alles okay. Kein Problem. So. Einmal hoch. Und wir müssen aber nach vorne drücken. Warum taucht der jetzt nicht auf? Okay. Vielleicht hab ich... What? Also ich glaub, das war für das Spiel auch nicht richtig bedacht. Weil irgendwie war der Trigger komisch gesetzt. Kein Problem. Kein Problem. So. Checkpoint. Und weiter geht's. Farodin und weiter geht's. Äh, nee. Das war wieder was anderes. So. Yay. Okay. Okay. So ungefähr. Ja. Sehr schön. Und dann geht's rein zu Bowser. Das überspringen wir. Kennen wir schließlich alles. Yay. Yay. Ach ja. Dann fahren wir wieder mit dem Feuergedöns. Stimmt. Jetzt wo du es hast. Ach Gott. Damn it. Und bomb. Sehr, sehr, sehr schön. So. Die Faust der Gerechtigkeit. Mehr oder weniger. gonna Larain. Ja. going on. Lass es regnen. Woll. Und dès. So, letzte Vase, denke ich. Nein, Feuer! Au! Heiß, 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 heiß. Geht das ab hier. So, Vauser, könntest du mal? Danke, zu gütig. Okay, und? Boah! So, ein Mali noch. Dann müsste es das gewesen sein. Feuer! Meine Herren! Schlag zu! Ach, wir haben ja noch was. Bestimmt, da war was. Und ich muss die Batterien wechseln. Unbedingt! Äh! Heiß! Außer Schlag zu! Peace! Okay. Und... Bomb! So, das überspringen wir alles. Kennen wir schon. Gedöns und so weiter. So, das kennen wir auch. War klar. So, ach ja. Das war das. Plötzlich ergibt alles wieder Sinn! Bomb! Und... Bomb! Nein! Das war nicht gut. Gerade noch abgewehrt, meine Güte! Bomb! Das sollte es gewesen sein, normalerweise. Oh! Meine Macht! Verschwunden! Mein Imperium zerstört! Mein Jogokuchen niemals gebacken! Down! Jetzt, wo du sagst! Tschüssi, Bowser! Oh! Ja! Stern mit Peach! Ach, ist das schön! Können wir das eigentlich auch überspringen? Oh! Ja! Stern mit Peach! Ach, ist das schön! Wir kennen das doch alles schon! Meine Güte! Oh! 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 Großer Stern! Bam, 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 bam! Oh! 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 Peach und Luma und alle mit dabei! Meine Güte! Okay! So, wie schaut es denn jetzt hier aus? Können wir das jetzt überspringen? Ich kenn das doch alles bereits! Schau mal! Wie schön! Das ist Rosalina! Werde das nur erwartet! Und so weiter und so fort! Was geht? Mama! Oh! Oh! Baby Luma! Baby Luma! Geht uns! Raum und Zeit! Universum! Ja! Beschlossen! Und so weiter! Und äh! Ja! Mario! Und... Say Goodbye! Und so weiter! Ja! Nehm ruhig die Mütze mit Luma! Kein Thema! Kein Thema! Oh! 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 Ja! Ja! Die Sterne werden uns ganz sicherlich leuchten! Wie immer halt! Weiß! Ähm! Oh! Halt abflug! Boom! So, titi-tuti! Ah ja! Wieder rührend... Gedöns. Hm! Hh! So! Ah! Dude! Chopp! Ja! Ja! Ja, 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 ja. Heimerplanet. Hm, hm, hm. Hm. Yay. Und Vollgas. Das müsste man jetzt wirklich beim zweiten Mal überspringen können. Das wär schön. Sagen wir's mal so. Boom. Ähm. Jaaa. Na gut. Credits again, oder wie? Mir scheint es so. Ich kann zwar hier ins Home-Menü, aber ich kann das Ganze nicht überspringen. Mit keiner Taste. Hm. Naja, dann müssen wir's uns noch mal kurz angucken. Das hilft ja nix. So, meine Herren. 120 Sterne geschafft. Die S-Galaxie. Und, äh. Und ja. So, wir können ja wieder spielen. Und, ähm, ja. Auch Bowser nochmals besiegt. Und jetzt ist die Frage. Denn die grünen Lumas haben ja gesagt. Die. Die. Phantom. Sterne. Anscheinend. Die grünen Sterne. Tauchen nur auf, wenn der Umhalt nochmals besiegt ist. So. Auf Deutsch gesagt. Heißen. Dass wir jetzt dann grüne Sterne haben. Oder wie? Ich hoffe es. Auf jeden Fall. Wir werden sehen. Das bedeutet, dass 120 noch nicht das letzte ist, was wir sehen werden. Anscheinend. Bienen Mario. Und, äh, werden wir sehen, meine Herren. Da ist ja schon wieder... Jetzt sind wir echt ne Biene. Tee, 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 tee. So was ist doch immer schön. Interaktion in den Grills. Tee, 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 tee. Roll, 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 roll. Nicht aus dem Screen raus, das geht nicht. So ein Dreck. Okay. So, wir können ja nicht. Stimmt. Ich kann Yoshi gar nicht befreien, weil ich ne Biene bin. doch's Estoy weg. Mach nix. Oh, nix. So, wir wollen die obsession Conspirator! Mann, Abspann gibt Gas! Ich will doch sehen, was da los ist! Ich will die grüne Sterne sehen! Wenn es welche gibt! Ich hoffe! Gott, wo ist Yoshi?! Yoshi? Ich glaube, ich habe ihn versammelt. Na ja. Na, Bowser? Das geht. Captain Toad! Ich glaube, er ist schlecht drauf. Wir können nur auf Pausa jumpen. Kuchen! Nochmal, Kuchen! 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 Ja, gib Gas! Hallo, Rosalina! Na ja! Ende! Wurde! Yay! Sternenteil! Hump! Ja, ja! Danke sehr, dass mein Spiel spielen! Bitte, Mario! Zum zweiten Mal gerne! Äh... Beziehungsweise die Credits gesehen! So! Jetzt! schnell! Das ist neu! Das ist neu! Das ist neu! Das ist neu! Bibilumana! Bibilumana! Ach, wie gut! Jetzt sind alle versammelt! Kuchen! 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 Die Teilchen! Die grünen! Kuchen! Ich muss reingucken! Schnell! Ich will das doch sehen! Wie weit du gekommen bist Ich habe Neuigkeiten Im ganzen Universum wurden sonderbare Schabernerkometen gesichtet Das sollst du dir mal ansehen Aber immer doch Oh boy Ach du Holy Macaroni Oh wie interessant Ein grüner Schabernerkomet Weil diese Grünsteine so selten sind Sind sie auch unter dem Namen Raumphantome bekannt Jetzt wo wir sie gesichtet haben Wirst du sicherlich gleich beginnen Die Grünsteine zu ergattern oder Du bestimmst den Kurssteuermann Ach du Holy What the hell Jetzt haben wir überall nochmal so viele Grünsterne Oh boy Ja aber das bedeutet ja dann Dass es im Prinzip Dann die doppelte Sternenanzahl gibt Das heißt wir haben dann Im Prinzip anstatt von Ja 120 Stern 240 Wenn ich das richtig interpretiere Oh boy Überall Grünsterne Na dann What Was ist das Gibt es da dann Weil noch eine Galaxie Na das scheint mir so Hm Na okay Dann würde ich sagen Wir starten beim nächsten Mal Dann mit diesem Phänomen Und werden gucken Was da sich jetzt genau verändert hat Das interessiert mich doch sehr Aber erst in der nächsten Folge Das heißt ich gehe nochmal auf Raumschiff Mario Und ähm Dann soll es das für heute gewesen sein Das nächste Mal Starten wir dann mit den Grünsternen In diesem Sinne Wird die Arz105 Wenn es euch gefallen hat Schaut beim nächsten Mal wieder rein Und äh Bis dann Und ciao ciao